Moin moin Menschen Midguards, heute spielen wir Sword and Sacrifice, das ist die Fortsetzung von Sword and Sanctuary. Wir schauen mal, ob es auch im Koop geht, dann wäre nämlich mein Sohn mit dabei, aber erstmal starten wir. Diese Welt kennt den Krieg seit Jahrhundert, aber Frieden ist endlich in greifbarer Nähe. Wir bringen die Prozessin über das Meer in ein Königreich, wo eine Heiratsallianz uns alle retten würde. Ein Scheitern dieser Mission würde uns sicherlich in noch dunklere Tage stürzen. Okay, jetzt kommen wir hier anscheinend in dem Boot, dann wollen wir erstmal starten. Wie kann man jetzt hier noch jemanden beitreten lassen? Gibt es hier eine Möglichkeit? Ist auch hier ein Menü. Hier muss man so nicht... Roman, zweiten Controller dran. Es geht sicherlich. ... ... ... ... so an ist es schon wir müssen auch mal testen ob der funktional kommt an sich funktioniert der controller aber ich kann nicht das ist gerade das problem bringt nichts wenn du den jetzt hast so ich spiel mal einen moment wir wollen in der nacht einigen sollten sie wollen unsere lady entführen sie als geisel nehmen beschütz sie block ich hier so testen ja hat trotzdem eine in der kasse gekriegt die leider hoch so ordentlich blutig im hintergrund ja nein nein einfach durchschnecken oh mein ausbau anscheinend scheiß hab ich nicht so geachtet ein scheitert diese mission wurde uns sicherlich in noch dunklere tage gestoppt ich bin mit dem klängen der wellen aufgewacht und wusste dass ich am leben war ich muss die prozessin finden das ist wahrscheinlich so wie ich wollte aber es war trotzdem noch nicht so gut ich muss auch noch ein bisschen klarkommen das ist noch ein bisschen träge das war so ich habe mich am strand umgebracht kannst du jetzt eventuell immer stoppen funktioniert doch irgendwie ein knopf A krummig weil in der spielbeschreibung steht online koop und im video von dem spiel bei epic steht dran local oder local koop so und bisher habe ich keinen lokalen koop entdeckt ich weiß nicht ob wir das Daten gleich erstmal freischalten oder nun hallo erstmal du bist nur ein Stück fleischliches Treibgut mit dem Rest von uns an Land gespült hm du wirst Unterstück suchen du willst eine Zuflucht aber was ist eine Zuflucht ohne Glauben am Ende des Strands ist ein leeres Heiligtum du kannst es für deinen Glauben beanspruchen sag mir glaubst du an die neuen Götter nein wo an die alten glaubst du nicht an die neuen Götter ja selten bist du also ein Pilger Bevaras ich fürchte deine Art stirbt schon seit Jahrhunderten aus äh Jahrzehnten aus Entschuldigung äh dann wo nö sag mir auch nichts nee du glaubst an überhaupt keine Götter du bist entweder mutig dumm oder aus dem Norden hehehe super du siehst nicht sonderlich mutig aus aber auch nicht all zu dumm bist du ein Bergschmied nee die ich bin gar nichts was du mir sagst nein was ist denn deine Bekenntnis die eisernen die drei Götten des Lichts hm schwierig ja ich weiß ja nicht was denn passiert die drei das drei passt nicht das Mordeschen Mythologie ist eher immer neun Götten des Lichts hm 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 fast auch nicht so ganz halt oben vielleicht die eisernen die Männer aus den Bergen des nördlichen Kontinents Markdor sind die eisernen sie glauben an keine Götter dafür aber an den eisernen Willen der Menschen sie lieben Stahl aber hassen Magie bist du etwa Teil der eisernen ok dann kann ich also nicht zaubern du wirst du eigentlich nicht nee das will ich auch nicht hehehe nein was deine Bekenntnis die drei die meisten Menschen folgen die drei Gottheiten dem König dem Ritter und dem Richter der König verleiht führenden Menschen Weisheit der Ritter schützt Krieger im Kampf während der Richter diese leitet die Ordnung sucht bist du etwa einer ihrer Anhänger jetzt will ich noch wissen was das letzte ist also nein so Göttin des Lichts Anhänger der Göttin des Lichts beten der Wahre an die Göttin der Demut Güte und Vergebung und der Glaube an sie ist vielleicht der älteste von allen solange man den akribischen Schriften seiner Anhänger vertrauen kann hm du musst also ein Pilger können der wahres Licht ja ja so deine Reise wird schwierig werden nimm dieses Ordene okay ähm Ordene Gefäß oh Gott mein Gott nimm dieses Ordene Gefäß es wird die Waffers Segen zu dem Heiligzimmern bringen keine Gute hier aber das Trinken war auch das wird langsam brauchen Mist hab grad nichts kann man hier machen lc schild nebenhand ok das habe ich schon rausgefunden jetzt kann man hier während des blockens zum parieren ah ok kann ich also die Schläge weg blocken so was haben wir hier rt rollen aber aber wenn ich mal parieren komm oh guck an was fällt der denn auf au keine Güte so ein paar Unblute haben wir aber voll übergeblutet so Heiligtum Schlüssel Heiligtums Schlüssel irgendwie genau zu sagen aber ja das geht anscheinend noch nicht vielleicht kommt das zwischen Ausstattung und Wechseln ok ich habe also als zweit war für eine lange fette Mistgabel Gegenstände wechseln da oben bürianischer feuertopf das klingt nach was zu essen und das und den ep was auch immer die sachen hier machen da oben sehe ich die Gegenstände wie sie wechseln ok ja wir würden die Gegenstände benutzen das will ich aber nicht machen wir noch nicht können wir hier auch in den Haken zeigen ja das können wir auch nicht mal drücken so was macht denn der Spaß hier eigentlich also der Feuertopf ein Tontopf voll mit Feuer ja birianischen Feuer das Rezept der wahres birianisches Feuer ist ein gut gehütetes Geheimnis das Zeug in diesem Topf ist vermutlich nur etwas das ihm einigermaßen nahe kommt und das Ephes ein Ephesers Ton als heiliges Symbol der Kleriker des Heiligtums der göttlichen gesehen platziert das irgende Gefäß in einem leeren Heiligtum und es für die Göttin des Lichts Heilerin und Beschützerin der Unterdrückten zu beanspruchen hm in einem leeren Heiligtum musst du das also machen ok ansonsten ja Mist gab es was macht denn dieser greifende Ring ein bemalter weißer Ring der zwei greifende Hände darstellt ja tut doch für mich nicht für mich ist das einfach nur ein Ring aber ok auf dem Kontinenten wollte ein Ring wie dieser unendliche Sehnsucht symbolisieren erhöht die Menge an Salz die getöteten Feinde zurücklassen also kriege ich mehr mehr Seele mehr AV Heiligtum benutzt da sind rein da aber hier dunkel mach mal jemand Licht ein hier werde ich eine Ikone wählen das ist ok mach mal hier mach mal hier ok auch nicht ein Sanctuary gleich mal noch eine Trophäe passiert oh hier haben wir jetzt eine Opfergabe anbieten Baum der Fähigkeiten und Aufsteigen für Aufsteigen brauche ich 500 Salz habe ich noch nicht Baum der Fähigkeiten ja da gibt's ja da gibt's wo einiges ja also ja ja also das gefällt mir auch mal gerade sehr gut das steht ja in alle Richtungen die Wahrheit nachher ob das nicht nur einfach nur so eine Art Antibus sind wie hey plus einen Angriff kann ich hier direkt alles wieder gut dann habe ich nichts zum freischalten nee das ist mir x v zoomen das ist eine Lupe da oben darstellt ok das ist schon eine fette Sache ich will jetzt hier alles durchlesen dann kriegen wir einen zusätzlichen High-Infang Punkt Weisheit und Punkt Magie naja wir werden sehen so Opfergabe heißt was nichts anzubieten ok können wir noch nicht machen so wollen wir mal weiter schauen ich bin mal gespannt wenn wir eigentlich hier zu zweit spielen können oder ob man das wirklich online machen muss weil ich habe im Hauptmenü auch nichts gefunden Beutel voll Salz und Rotscherbe kann ich hier sonst noch irgendwo was einstellen? ich kann bloß Grafik, Spiel und Audio wenn ich aufs Spiel gehe ne es bloß Steuerung und Vibration mhm 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 bisher scheint es noch nix zu geben so eindeutig die namen aber ich netzelt so kommen wir testen ist ja so richtig schade ich dachte ich kann hier unterkloppen die tue kann ich hier wiederum mit b öffnen die andere wollte nicht befestig mit dem banquet das verfaulte festmacht hey da ist der zerfetzt vielleicht sollte ich mein tisch zuhause auch mal verklocken wenn da drinnen gold zu finden ist ich bin da oben geschiebt wenn er ausdauer ich bin ja ausdauer so wie kann ich denn hier schaltet ihr das jetzt nicht mehr um das ordentlich umschalten bei den gegenstehen gerade rolle ok da macht er nicht da macht er noch einen anderen schlag also ist quasi der schwere schlag alles springen und so hat noch ein bisschen was von den alten fröhnen wo wir denn hier oben so viele wege hier gibt es ja so viele wege da rackeln, wurft, hier ist noch eine tür aber sehr unernehmen von hier dieser schlag da bin ich fast wieder futsch ich weiß gerade gar nicht wie ich hier was sauche hör doch mal was die rutsche haben oder gesiegnetes wasser guck mal ein gesiegnetes wasser ist schon mal lecker aber ich kann nicht alles machen ja so ein kleines Stück fehlt noch so nochmal kurz runter gucken der chat ach so vielleicht ist das ja alles ja noch so anfangsgebiet dass du noch nicht mitmachen darfst oder ist jemand der das ein bisschen anders oder repariert wurden aus dem bild ist es quasi aus dem bild so und jetzt wird zum futsch leider treten hier haben wir quasi eine abkürzung geschaffen um jetzt hier oben rein zu kommen die da drüben noch eine kreppe komme ich hier rüber ich komme da kann ich hier abspringen ne kann ich nicht kann ich gut fallen lassen also nicht da auf dem balkon fallen ne ok dann sind sie wieder da das ist ja diesmal noch mal eine rotscheibe obwohl die sind nicht wieder da nur der eine woche da kommen wir hier hin noch mal einen beutel voller salz die muss bestimmt mal einnehmen damit ich hier noch salz habe um ein level zu stellen dann links wollen wir jetzt also müssen wir hier oben raus noch weiter hoch komme ich hier gerade nicht ich habe hier noch ausdauer ich habe hier noch ausdauer ich habe hier noch ausdauer ich habe hier noch einen schlag ausgehalten dafür habe ich so eine kacke gemacht naja und machen wir mal vergibten und scherben da unten war ich da unten jetzt schon leuchtet so ich will eigentlich noch rüber so das ist bloß die stelle die wir schon kennen ok nicht so schlimm guck mal nochmal guck mal hier nochmal raus ja da oben komme ich wahrscheinlich nochmal irgendwie hin warte mal wie können wir jetzt da ist noch eine leiter 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 die wir eben von unten gesehen haben hier haben wir wohl auch ein paar von den dingern da geht na das liegt besser die missgabe macht den 12 und 100 anscheinend ja dann dann können wir stehen dann gehen na hauptsächlich geht es nicht um das schild schonkenklamotten nicht vorhin aber ich habe dann noch eine ziehen ich habe dein körper wegen gemacht das war die jetzt hier noch ich habe beide erwischt das wir beide erwischt Grenato ey das ist auch verwandgeschissen ja mal abgestochen ja wird der tut ja was wir hier tun weiß ich nicht was man dauerlich die grunde das ist ja noch lebt wo eines verordneten wand so die frage wo ich lang will hier war ich schon überall oder jetzt überall oder da unten halt noch nicht so das heißt wir gucken was man hier durch abend torflasche da oben noch ein geht noch aber was haben wir denn hier unten noch zu erwarten okay das schreit nachschutzung die tür ist verschlossen hier sieht es nicht aus als wenn ich vernünftig rauskomme mal gucken was man hier lang rutscherbe und dein knie einfach von schmied immer fersche gut machen ist nur egal anscheinend oh nee das ist so neid der durch strengte ripperer als den gegner ja super machen wir mit dem dann macht er nehmen wir es auf nein ich muss den sollen groß Aua älter ist der aber wird auch neben helle wird auch voller salz bootscherben was machen die denn die heilen ja im schlafdempo das macht so mehr ausdauer gut jetzt anstrengen gut okay jetzt werde ich das anstrengen wettere komm 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 dann wettere jetzt wettere jetzt wettere dann kann ich auch wettere nicht oh die kommt nicht los die 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 oha hat er nicht ja der elektrischeiß vielleicht sollte ihn ja blocken und dann durchheizen ja ja 107 reinzustohlen ich muss den bürger sogar töten die liegen also da nicht rum sondern habe ich natürlich nichts mehr aber ich kann ja mal meine salzbeutel hier nutzen hier füllen sich auch okay beutel voller salz 100 immer bloß ich brauchte ja gut dann bräuchte die beutel nicht nehmen so die frage ist trotzdem wie kriege ich einen zweiten spieler ans spiel ich werde hier mal kurz karten das video und wir schauen mal im internet ein bisschen ob wo man hier den core modus aktiviert oder ich schaue mal im hauptmenü aber für euch ist das mal kurz hier weg so wir machen mal einfach weiter ich habe im internet nachgeschaut das heißt eigentlich dass ich im hauptmenü mit dem zweiten controller ja drücke oder start oder so funktioniert aber gar nicht das steht aber auf vier fünf seiten so dass ich schon an mir selbst gezweifelt habe den controller an fünf unterschiedlichen usb ports gestopft habe und es geht immer noch nicht dann habe ich schon die gerätemanager version ausgerufen nach aktualisieren und pipapo ja und auch das will nicht dann habe ich in einem forum gelesen dass ich erstmal bestimmten punkt erreichen muss und da denn der zweite spieler mit einem knopf joinen kann da wir da noch nicht sind kann ich das halt nicht machen ja so ist es so da komplett aus dem boden das hat was schönes fallen lassen noch mal ein ohr da ist das ja mal gucken wie wir da hinkommen vielleicht wenn man das hier drinnen wollen ja auch noch ein paar tüken naja das spieler ein paar mal nur gestartet weil ich dachte er kennt die controller einfach nur wie sagt ja eigentlich sie machten bleibt alles auch mal nicht also wird hoffentlich daran liegen ich hoffe es ist sehr stark so schön papier haben wir diese ankämpfer von oben ich meine hund die ausdauer kommt schön die schnetzelt hier so mal gucken immer hier wo ich schon war ich da schon draußen ich glaube ich schon lange gegangen bin oder ja komm verlässt man mal das spiel wie ist man schon noch nicht mehr wird man alles hat so wird es waren hier meine fähes zum saufen aber hier für eine dunkle ecke ach gucke an auch schon leuchtet der raum so kann ich hier oben ne hier kriegt bloß wasser zurück ok also meine tränke wieder hier draußen bauen wir schon und hier oben kommt jetzt dieser bastard gut müssen wir durch ach stimmt er hat ja noch meine seelen das lassen sich auf so viel kassiert vor allem die von wenn du vor allem das ist in beide richter die Scheiße. Schluck, schluck, schluck. Ja, okay, ich habe meine Deckung gesprochen. Ach, komm, jetzt. Ich wollte eigentlich mal kurz noch mal was auf. Stopp. Hm. Gut, bin noch geheilt. Ach, was ist die Scheiße? Oh, Gott, stirb auf, Junge. Ach, komm, ey, ist aber eklig. Nochmal die Deckung. Ah, verflucht. Ach, guck, er hat weggeschleppt. Zu dem Feuer jetzt. Dann habe ich es nicht mehr so weit. Okay. Ja, das wollte ich fast, ob ich... Ja, okay, das war schon mal verdrückt. Den wollte ich drücken. Ich versuche, glaube ich, mal mit der Miss Jabel. Wobei, ich habe doch irgendwie Zeuge gefunden, oder nicht? Die Schorkenmaske. Was bringt die mir denn? Ähm, solche Kleidungsstücke beschützen die Träger genauso vor ungewollten Blicken wie vor dem Wetter. Und wenn man normalerweise einen unauffälligen, der allerähnlichen Tönen gefärbt, um zu verhindern, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Hm, hm. Schorkenweste, ja, außenstehende, eine gewöhnliche Lederjacke, würde die vielen versteckten Taschen in die Füße, blablabla, blablabla, ja, ist schick. Nehmen wir einfach... Schorkenhandschuhe. Sollen können extrem einfach ausgezogen werden. Wir sind Wagen, schneller Flucht auf... Ja, okay, super. Wichtigsten Werkzeugen eines Diebstahls. Und Schorkenstiefel. Ich sehe auch nicht, dass ich Werte oder so verbessere. Da, die Verteidigungswerte steigen, okay, aber die sehe ich da links ja nicht. Sieht man die hier irgendwo? Da unten, Ausrüstung höchstens, okay. Ah, hier drüben sieht man die Schlagverteidigung. Das heißt, die andere hat mehr Schlitzverteidigung, mehr Blitz, mehr Heilig und mehr Arkan. Und die hat halt ein bisschen mehr Schlag, aber allzu viel ist es nicht. So habe ich noch andere Dinge, ja. Bandagenring, verringert den Effekt von Verwundungen. Ähm, sein Träger mag vielleicht Verletzungen allein, aber anhaltende Wunden wären weniger schlimm. Okay, vielleicht Blutungsschaden weniger. Einhändig zweihändig, das Holzschild, haben auch nichts anderes. Die Sachen haben wir auch nichts anderes. Gut, laufen wir mal als Schorker rum. Gucken wir mal, was das so bringt. Da ist aber wohl der Bastard. Ne los, du durchsträngst er rüber. Oh, war eine Fischen-Serie. Vielleicht hast du mir eine kassiert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ob er mir eine Seele wieder bekommen? Stopp, schlürf mal was Dachte ich bin weit genug weg dafür Was war denn los, ich kenne Ausbau mehr, komm, schlürf noch mal Boah, jetzt ist er aber gerade in Akku-Modus Ja, nein, das war doch fast tot Gut, aber ich habe die Seelen, hat er jetzt immer noch in Sicht drin Das heißt, ich habe sie nicht völlig verloren, außer das Gold, was der Klerikor mir jedes Mal aus der Tasche zieht, der alte Taschendieb Weinehund, ich bin doch hier der Schorke Jetzt bin ich aber unverschämt von dir Okay, mit dem Sperr kann man zumindest ein bisschen outrangen am Anfang, nachher ist der so in Action-Modus, da ist vielleicht die andere Kombination dann doch besser Mal schauen Mal schauen Ich habe doch nicht geguckt, was der Sperr für einen starken Schlag hat, er hat schon ganz probiert Ach, scheiße, ich hätte durchrollen sollen Ach, Mensch, ich hasse dieser Blitzscheiße Ach, ich habe ihn auch innen gehen Ach, ich habe ihn auch innen gehen Oh, habe ich ihn gerade unterbrochen? Ach, ich habe keine Ausbauung, ja Ja, zum Ende rastet der ganz schön aus Wird gerade rollen, wieso rollt denn er nicht? Ach, komm, Mann Nein Alter, ein Stich hätte gereicht Ein fucking Stich Aber es läuft gerade nicht Wenn der ausrastet, habe ich noch nicht das richtige Gegend Er ist ein bisschen krähe, finde ich denn Das ist gerade so, der ist der erste plumpe Gegner eigentlich, ey Verdammte Scheiße Läuft jetzt schon nicht Verdammt Jetzt hätte er gleich noch einen Schlag hinterher gegeben, sonst macht er das immer erst am Ende Oh Gott, war nicht mal so schlecht Ah, Ausdauermanagement ist ja halt übel Oh Gott Was ist das denn? Oh Gott Ich bin der parent Oh Gott Gott, ich bin gleich pleite, glaube ich, oder? Ich erkläre gerade alles, was ich jetzt so rum, was ich hier gesammelt habe. Oh Mann, ey. Ich kriege den am Ende einfach nur nicht mehr getroffen, weil der immer die Dreier-Kombo macht. Und meine Ausdauer nicht hoch genug ist, um den komplett einmal zu blocken. Wenn ich ausweise, habe ich auch keine Ausdauer mehr. Ich kriege es jetzt gleich mit Strom an, die Asche hier. Oh, komm. Ich komme jetzt nicht mehr durch den durch. Nein. Ich habe gerade das Salz genommen und nicht den Prang. Ich habe ihn hier noch, den ist ein Fenster. Das macht der Feuerpuff eigentlich nicht. Nein, ich habe hier hofft, der fackelt ab. So. Diesmal nicht nur gesprungen, sondern gleich den letzten Sieb noch gegeben. Jedoch, meine Güte ist ja schon fast traurig. So, ist hier oben noch was Schönes? Anscheinend nicht. Asche des durchsträngten Rieders und irgendein Schlüssel. Hm, was waren das für ein Schlüssel? Wo finde ich denn den jetzt? Hier nicht. Hier vielleicht? Nö. Vestavion? Da sind doch bloß die Gegner drin eigentlich. Mhm. Wie viel gibt es hier? 98 unterschiedliche Gegner. Ist ja interessant. Menü? Ne. Also Inventar. Ah, Inventar hier vorne auch nochmal. So, schwere Blitzpulver, erfüllte Eisenkugeln, eine Glasflasche mit etwas Pergament, um einen Tuch, was Tuschlstein? Sie scheint sich unsichtbar zu sein, aber sich in einem Universum bleiben will. Salz, Glocke, der Rückkehr, um Hingabe zu musiert, Ruf. Bla, bla, bla. Letzte, letzte Heiligtum, okay. Frennt sich eigentlich. So, wann man da ist, der Heiligtumsschlüssel und da ist der Festungsschlüssel. Ein Schlüssel, den der durchdrängte Ritterfall näherassen hat, ja. Okay, wir haben also einfach nur einen Schlüssel. Was mich ja so ein bisschen irritiert ist, dass hier am Anfang, wo wir hier draußen hergekommen sind, das ist natürlich den ganzen Weg jetzt zurück. Schaut euch jetzt hier. Ja, ich hätte den da nicht stehen lassen können. Ja, da, 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 da. Ja, dann war es jetzt hier ein Schaden. Die Glocken können, das ist natürlich, das ist so. Okay, das ist so. Okay, das ist so. Okay, das ist so. So, aber mal kurz ihn saufen. Ja, ich zeig euch, was ich meinte. Ich guck um. Ja, komm, den holen wir uns auch mal. Aber wo hast du ja noch was? Okay. Ja, das bin ich. Cool. Ja, nochmal ein paar Scherben. Ja, das ist ja quasi wie so ein... den Halt sein, wie zu wollen. Ich sterb ganz wichtig. Das ist doch ein paar Ellenlinge. Ich kann mich die Entfernung nicht verschätzen. Ja, ich kaufe zurück. So, was hast du da? Ohr? Ne, eine Rotscherbe. Okay. Hier unten. Geht immer noch nicht aus. Ja, ich habe gehofft, dass das ja vielleicht Ertreffnungsschlüssel ist. Aber das hätte ja sein können. Dann wird er wahrscheinlich nicht einfach noch weiter nach vorne führen. Der auch nicht so trafisch ist. Gibt noch ein paar Gegner umgelegt. Da unten wird er mich hier wohl kaum durchführen. Da komme ich auch von der Seite nicht ran. Wahrscheinlich einfach da oben. Das hier war ja die erste Abkürzung. Ah, hier Festnutzschüsse benutzt. Ja, gut. So, was bist du? Kennst du? Ne. Grüße, Reisender. Hast du einen Auftrag? Ja. Die Rettung einer Prinzessin? Hm? Habe noch keine Prinzessin Ideen, aber verliere nicht die Ordnung, Freund. Wie auch immer, es ist gut, ein Tierverein zu haben. Willst du vermeiden wissen? Äh, eigentlich nicht, aber ja. Ausgezeichnet. Meine Aufgabe ist es, die Burg im Osten zu stürmen. Ihre Wächter zu überwältigen. Und, naja, den Drachen zu töten, wie immer. Ja, das ist ja normal im Spiel, ey. Immer Drachen töten. So, Schlosser müssen die stürmt und Drachen, die tötet werden. Nicht? So, was haben wir hier? Gleich erst mal Gegenstand geschenkt. Eine schwarze Perle. Fast so toll wie eine grüne. Ähm. Stoffhosen, Stofftunika und eine Holzvolle Axt. Hm. So, warte mal. Gucken wir mal. Ähm. Holzvolle Axt. Ach, ich habe selbst schon eine Holzvolle Axt. Ich dachte, ich habe nur eine, weiss ich nicht, eine ramponierte Axt oder so, aber es ist auch eine Holzvolle Axt. Okay. So. Beutel voller Salz. Kommt ja eigentlich nochmal sowas wie eine Leuchtbeuer. Gucken wir mal hier. Oder so eine schwarze Säule, wo kein Mensch weiß, wofür die ist. Kann ich damit irgendwann anfangen? Fackel geht auch nicht. Wird ja sein können, dass man dafür eine Fackel benutzt. Da kommen wir nach unten, Mensch. Da krieg ich durch die Kühe. Ja, geil. Kommt es nicht ran, du kommst nicht ran. So, Pfeile und Bogen. Mensch, kann man schon mit dem Bogen jetzt pfeilen? So. Hier unten. So, so ein bisschen ein, ja. Äh. Wie immer so aus, als wenn hier irgendwas Finstores kommt. Wer bist du denn? Hallo, Freund. Schmuckstücke für Münze. Schmuck zu verkaufen. Gegen. Freund, ich bin so glücklich, dass du gekommen bist. Ich habe Dinge gesammelt. Schmuckstücke, Schmuck und so. Schmuckstücke für Gold ist, was ich habe. Schmuck für Münze. Hat er noch was zu reden? Wie hast du hier heilbunden? Ich verstaut Schmuck in Tianibir. Verkauf Schmuckstücke für Münze. Aber so arm, die Rede über Reichtum in Karin. Sogar Bettler wie ich haben Knechte dort, sagt man. Verstaut, gesegelt, dann der Sturm. Hat er noch was zu reden? Soll dir die Überraschung auf den Matrosen die sich dann vor? Stell dir. Mich in so einem Wrack mit all diesen guten Männern zu sehen, jeder von uns über das Meer schwimmend an Planken klammernd, zitternd in der heißigen Gelte. Nicht sicher, wie viel andere es ans Ufergeschaft haben. Dieses zitternde, fröstelnde Ufer. Ja, wie viel kann der quatschen? Aber der Schmuck, den ich hier finde, gut verkaufen tut er sich. Oh ja. Mir geht's ganz gut. So geht's mir. Bald genug. Und dann kaufe ich mir ein, meine Flucht. Irgendwie. 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 Ich drück noch zehnmal. Irgendwie. Oh, er schiebt mit Freischalten für genug Reden. Nein, keine Ahnung. So, Gegenstände kaufen. Guck an, was hat er denn? Eine Haarlocke. Oh ja, super. Erinnerung an den Soldaten, an einen Verstorbenen, den ihr liebt. Es hält das Versprechen einer künftigen Wiedervereinigung in sich. Die Erinnerung dieser Gegenstände könnte von einem Schmied genutzt werden, um Ausrüstung zu verbessern. Ah, mit Haarlocken macht man seine Ausrüstung verbessern. Wünsch, dann werde ich gleich zum heimischen Schmied rennen, ein paar Barthaare rausziehen und dann, äh, ja, die Waffe verbessern. Vielleicht hältst du dir besser an der Hand, rutscht nicht so weit, äh, so weit. So, Ente oder Reißzahn. Ein Reißzahn, zurückgelassen von einem erschaffen, äh, also erschlagenen Biest, dessen Lebensdauer noch weiter zurückreichen muss, als die seines Besitzers. Was ist denn noch was? Bolzen, flammende Bolzen, Fackeln, befleckte Seite. Äh, umwickelt eure Waffe damit, um einen Angriff im Arcan Schaden, okay. Bettlochfetzen, und wenn nicht Klasse 2, dann gibt's hier schwere Rüstung. Ja. Gut. Seid ihr seht nicht? Ach, stell vor, ich hab jetzt abgestochen aus Versehen. So, weil wir gucken mal nach links. Sieht schon mal aus, als wenn ihr alles zusammenbricht. Was ist das denn? Das sieht nicht gesund aus. Alter, der hat mich mit einmal komplett die Ausdauer gefressen. Oh Gott, ich hab Angst, der mich mit einmal tötet. Sieht aus wie der Tod, ey. Dann fliegt er noch so ekelig rum. Ich mach auch nicht gerade viel Schaden mit dem Spiegel in der Luft. Oh, okay. War noch die Sau. Oh, ist der was fallen ist? Ne, leider nicht. Ich hüpfe jetzt hier mal rüber, weil ich eigentlich nicht will, dass der Kram zusammenbricht wie da. Oh Gott. Ich hab ja auch schon 3000 Zeug dabei. Will ich ja hier jetzt nicht irgendwo fallen lassen. Jetzt auch nochmal runter. Steinführer. Steinführer. Aha. Und ein rufendes Horn. Ah, gucke an. Gucke an. Hier, komm mal lang. Shortcut reinschalten. Komm her. Ja, so ist schön. Immer schön sterben, ihr Mistviecher. Noch eine Tür zum Öffnen. Will ich auf Smiles. Das war unfair. Ja, so viel zum Thema Smiles. Scheiße, sind wir durch 2, 3er. Die verfolgen mich hier ein bisschen rein. Sollte ich mal neue Tränke mir besorgen. Komm ich mir jetzt am besten zurück. Hier drin war das ja. Und dann können wir auch wahrscheinlich mal leveln eine Runde. Aufsteigen. Was? Aufstieg der Stufe Y und X, was? Typ A. Schwarze Perle. Nochmal aufsteigen. Ich kann ja auch endlich mal aufsteigen. Warte mal, was ist denn? Jetzt hätte ich... Ach so, mit Y und X kann ich bestimmt, wie viele Stufen ich aufsteigen will. Sechs kann ich, also nehmen wir alle sechs. Ah, und da unten der weiße Balken ist meine Erfahrung. Die steigt. Okay. So, dann haben wir... Okay, ich muss mit dem hier wahrscheinlich anfangen. Und die schwarze Seele, die ich immer finde, oder schwarze Perle, Seele. Na gut. Ist anscheinend hier zum Aufwerten. Dann kommen wir aus meinem Trankbeutel. Dann haben wir einen zusätzlichen Heiltrank. Ja, schwarze Perle. So, dann gibt es hier Arcanes Wissen, erweiterte Magie, Assassine, Schwertkämpfer, Berserker. Brrrr. 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 dann zu den ködern und das ist nicht noch gut dass wir in ruhe ja das wird nämlich mit heute gerade rollen beißt er mich noch mal verfluchten pläderweise kann aber nicht wahr sein so aber hier unten hier oben haben wir doch beim bieten pass oder banditen richtung hier wochen neuer ort zum aufsteigen wird es nicht reichen ich brauche jetzt die monate habe mich hier noch zum fort bieten bei folge salz schön dass wir den boden zertritt aber auch steigen um eine stufe so baum der fähigkeiten ja dann gehen wir hier den einen noch dazu das falsche wenn wirklich stufe 1 zauber und beschwörungen ich jetzt will habe ich jetzt was falsch getroffen ich noch mal ein punkt würde ich jetzt nicht ewig rum geistert stein wird nur so jetzt haben wir hier was man auch von einem hemd noch nicht die pese gesegnete seite die seite eines gesegneten buch ist die stärke 1000 wundern durchdringen sie immer noch spielerisch entwickelt oder waffe damit heiligen schaden und die rotscherben sind ja diese kleinen heiligungs dinger haben wir um mit schweiß da oben klasse 1 brauche ich da ein leichter pistole ok aber wir haben halt extrem hohe arcane verteidigung aber wenig schlagresistenz also wahrscheinlich gegen zauberer ein flanschkolben oder macht er deutlich mehr schaden als meine schweiß es verliert allerdings mit stärke ganz stark als magier sicherlich nicht so toll und das schluss naja die biete erlernen besiegnete waffe klasse 2 gebiet und was mit paladin anscheinend so was haben wir noch zu reden ach gott ich bin leiter für die wahres licht ich bin ihr ihr fehl ist alle kreaturen auf der herde die ihr licht waren mögen ihre vergebung erhalten der wahres licht umpasst alle dinge und seine bernbefügt man sogar in den schatten ich bin ein leiter wartet euch im licht oh was haben wir denn hier drüben noch schönes erstmal gleich auch mal hier hoch leister das ist auch nichts kommt noch weiter nach oben irgendwie ich brauche einen doppelsprung ich brauche einen sprungstiefel ich will ja mal gucken was hier kommt die reichweite ist geil die reichweite ist einfach herrlich guck mal nun sich da jetzt schon ein trank eigentlich ob im tränke jetzt dann auch so schon weg noch kaum ich habe die glocke der beißig einfach so knapp münchen kommt und dennoch noch hinterher das war immer die sozialen tempo was doch erlos absolut erlos und sagt ja der magie noch so ein ehrloser so da oben scheint aber zu liegen müssen wir wahrscheinlich eine kleine sprungpassage überstehen noch so ein bastard komm du schluck habe ich hier sehen was ich angesammelt habe ich suche meine irgendwo muss ja mal langsam der ort kommen dass man hier auch mal zusammenstehen dort ach komm es haste des todes hier kommt man nicht ran infanziehstreiter das klingt auch noch was klasse 1 streitachst ja die macht mehr schaden aber ich kann so wenig tragen irgendwie nicht mal kundig machen richtig beim nächsten feuer wie das geht was war das ach so hier ist eine balliste als falle so ein bisschen so ich nehme jetzt mal hier so etwas kleines zum heilen es ist wie dunkel soll denn es hier noch werden hinten handschuhe stimmt oder schwere rüstung nicht dran aber sonst ist hier nichts da kann ich irgendwo mir scheint nicht so da kann ich die kacke noch einfach mal ausmachen gott ein fahrsteller unten war oh nein guck mal da ist einer oh gott was für ein plumpertod frage ich mich wer mein salzer scheiß jetzt bin ich an einem scheiß sturz gestorben hallo hat jemand von euch meine seelen gesehen ich brauche eine karte die mir das anzeigt POLHO NEGE DER haha nicht auf die knackgelaufen das hat den ort ist besser wenn man fast das schützt mich hier ab und gibt mir immer noch ein satt noch einer weg oder so ein knappes ding weil denke ich also rollen habe mich denn dagegen den haben wir diesmal aber leichter erwischt ich weiß gar nicht ob ich den da oben brauche ich habe mich nachher nervt von oben ist er von da oben oder lässt er mich das kann ich nicht aber ging nicht naja können wir das hier auch noch schnell einsammeln bevor wir nach da unten steigen ich würde immer noch wissen wer meine seelen jetzt hat okay hier scheint eine stadt zu sein einer verschlossenen tür der zieht mir doch bestimmt irgendwas obwohl es ein alter mann kann so nicht reden wobei vielleicht hat er ja der schlüssel jedoch nun das ist eine ganz andere geschichte mein sohn hat er nicht gesagt aber ja vielleicht solltest du die gebete unter den uferruinen durchsuchen wo ein vergessenes fest mal wo sich hingehört okay schlossruinen und dann kommen auf einmal die obelisten benutzen so ist die falle noch aktiv das dann dachte allerdings die fledermaus hat meine seele guck mal da ist eine schnur am boden die schnur da hat er die das ding aktiviert da muss man richtig macht wo ich will nicht runterfallen diese fährt das ding nicht nach unten warum ich bin ja nicht noch mal runterfallen machen ja aber da war ja nix hier ist ja nur dunkel und am ende nicht so rum ich dachte ich fahren von dem bescheid jetzt komme ich nicht weiter weil ich nicht ein fahrstuhl benutzen kann wie mache ich das mysteriös guck noch mal nach oben ja fällt jetzt nichts ein eigentlich wo ich hin kann außer hinten in dem glücklichen dorf sozusagen aber der ganze weg völlig umsonst gerade na gut ich habe ein paar infos gesammelt schnell noch mal mitnehmen da reicht nur für eins schwarze perle allein jedoch das habe ich doch vorgeschalten anscheinend kann ich nicht noch mal auswählen so was haben wir denn ganz kurz schauen ermöglicht das führen von bögen von deutschen von schwertern von hämmer und äxten von schweren rüstungen und schilden von schweren sensen und streitechsten von peitschen auch von leichter rüstung kommt hier drüben auch noch so was das führen von ruten zauber stufe 2 stäbe stufe 2 ruten ich sehe hier nichts rüstungsrelevantes muss ich also in den anderen fahrt folgen um eine rüstungssachen zu kommen das heißt ich müsste mir ja wirklich hier drüben noch eine weiß ich nicht eine leichte rüstung wählen oder eine schwere ne ich glaube lieber eine leichte das heißt ich muss ja hier irgendwo noch lang entweder dolche oder schwerter wobei ich muss ja sowieso zwei wege dolche oder schwerter hier können wir dann noch peitschen auswählen oder bögen ich will nicht nichts davon muss ich das wenn ich eine roh betragen will zaubererobe auch eine gute habe ich ja gerade sowieso nicht magie habe ich gerade auch nicht so dass der kleriker kram schwere rüstung gibt es auch mittlere rüstung auch noch mal schwere rüstung die russ schwer vielleicht könnte ich überlegen dann werde ich wohl schwerter nehmen wird dann auf peitschen kommen 1 2 3 ja dann halt leichte rüstung 1 anders weiß ich sonst nicht wie ich kann machen soll so zumindest habe ich wieder meine fünf tränke jetzt noch andere ausrüstung wie ich vielleicht dadurch tragen kann ähm dieser dolche ja der soldatenspeer könnte ich den eben auch schon anlegen warte mal irgendwo muss das sehen der macht 16 schaden denn was hat denn das davor 11 gut dann haben wir das schon mal verbessert anderes schild geht weswegen nicht weil der neil wichter ist oder warum abhängig schild klasse 1 armbruch klasse 1 ja das hat ein kampf deutsch angriffe sind schwach nutzt hier gerade sowieso nicht so richtig die axt also ist mir egal ich habe jetzt hier den spare ok das gleiche angriffsmuster wenigstens ja scheint mir so warte mal war das jetzt hier unten lang muss eigentlich nur den ganzen weg zurück das war doch hier lang geht es nur hier war auch noch mal ein händler aber hier unten geguckt stimmt da war auch ein weg wo ich noch nicht lang kann ich hätte fast jetzt noch eine kerze hier in der nähe da müsste ich ja wenn man nach oben und die oben erstmal holen wir scheiße da haben wir erst mal den hier im weg man hat jetzt mehr schaden 16 da willst du hinfliegen der deutlich schneller tot als beim letzten mal also man merkt den schaden deutlich was ist denn wenn ich jetzt hier erstmal kurz zurückgehe wo waren hier der punkt hier drin ja ja dann machen wir erstmal das hier als mein neuer speicherpunkt dann gucken wir noch da unten damit wir es nicht so weit haben wenn wir hier abgefüllen die geht noch so ein bisschen durch die wände können finde ich ein bisschen merkwürdig weil da liegt noch was war hier nicht noch einer mehr so jetzt wird auch mal wieder interessant ich sehe das ding da oben und da unten ist die die schnur sehen muss ich mal schade ich habe die hoffte der vierte 0 ich habe genauso kommt schluck ich habe die blot ich habe die blot gut der macht aber auch damage ja kommt lecker locker der rückkehr es stimmt ja habe ich auch noch dann muss nicht mal zurück laufen ja ja damit kann ich hier alles verbessern in dem ganzen spiel nein keine ahnung aber für die freie gibt aber nicht wie viel wir noch brauchen was aufzuwerfen so noch ein ohr aber diesmal eines ertrunkene bedwerker man da müssen wir irgendwie runterfallen ja nicht so so gut dass man der hund weg hinterrücks war eine bande wo sein hin nein als knuspert er mich wieder und das mit mir natürlich so ein bogenschütze der irgendwie bock hat ein bisschen weiter weg bis man hier zu dem ort kommt wo man zusammenspielen kann das wunderend jedes mal weg der hund durchgelaufen wahrscheinlich nein nein ich muss da ruhig wegräunen und entschlafen auch mal rein so von hier werde ich gekommen neugierde welche kreatur bleibt angesichts solcher erstickenden verzweiflung bestehen die anderen haben damit begonnen niederzuknien wird es sich anschließen wieder knie an diesem ding solch mutige dumme neugierde dann wird es wohl kämpfen und es wird bluten das wird den kampf fallen und eines tages wird es gebrochen geschlagen nach luft schnappend an einen seiner an seinen eigenen blut ersticken das wird der tag sein an dem es niederkniet und ich werde es verschlingen ich dachte jetzt werde ich angegriffen oder unten schon so ein ding hatte guckt nach links auch da da ist die schnur wenn die schnur was für eine andere pfanne noch werden kann er dann nicht nach oben angreifen aber ich habe ja die dinge auch kommen er macht aber auch scheiße schauen da ist schon eine schnur da oben der posten einer decke schweinerei über alle heime fallen langsam gehen wir die tränke aus schon eine falle und was denn eigentlich hier sieht hier wird den kampf gemacht die weg hat hier endet auch nicht war schon oder sonst wo ich habe keine lust der ringt ja nicht weg nicht oder was ich bin ja richtig versteckt in der ecke so ein großer raum das sieht aus wie so ein boss raum aber ich gehört ich habe keine heilung mehr für so eine sachen die knie noch smiles die königin des lächeln ja so sieht sie raus ein bisschen total ich muss mich immer wünschen ichall mich immer wünschen ich muss mich immer wünschen denn Okay. Wie kann ich ihn hier eigentlich nicht. Bis hier hinten. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Game-Ständer an der verbraten will, die ich hier viel noch besitze. Er ist nicht existent mehr. Einer hat auf den Brunnen geschlagen, anderer hochgezogen. Scheiße. Das ist ein Kipp-Wortzweiter auf dem Salz von mir. Ich bin weit weg. Ich bin bestimmt noch ein Löschfeuer in der Nähe gewesen. Und ich bin den ganzen Weg bis da runter. ich habe ja auch noch gesagt dass da ein boss kommt die neugierde man will unbedingt gucken ganz gut dass man da hinfalten nicht in die falle nicht in die falle ich hätte nicht so viel zeug am postfabschwellen soll bin ich auch so doll auf magie es gilt weil ich eigentlich hoffe dass ich was finde ich das gleich in der nächsten ecke schon wo der nächste boss auf mich wartet ich bin doch schon einmal ausgewiesen ja ist okay das war ganz schön knapp manche wollen die falle gelaufen kann man nicht wahr sein das ist ein bastard habe ich keine lust der boss war ja auch da unten und nicht hier drüben ich habe hier schon zwei tränke verschwendet bevor ich angekommen bin gucke mal ein schrieb eid ablegen was denn für ein eid dann legt ihr ein eid für die drei ab die war das nicht denunzieren und einen abtrünniger werden äh nein aufsteigen reicht nicht was haben wir hier liegen gucken wir auch mal was wir liegen haben schmiede stiefel handschuhe und schürze hey außenlalter weißt du ein wenig schmiede kommt so wir können einfach weiter quatschen aufrüsten wollen wir auch mal hier schauen ich finde den schwergang schick ich kann den verbessern und zwar nicht mal so wenig auch halt haarlöcken wie er schon gesagt wird das nehmen wir schon mal weg klack 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 hier mal drüber hauen schon ist er besser hätte ich auch alleine machen können ich habe hier noch eine axt nehme ich von der anderen seite schlage so rum dann habe ich sie auch verbessert so wenn wir die weiter verbessern brauche ich noch mehr seelen dann könnte man damit vielleicht den boss schaffen daheim schmieden wir die feinsten werkzeuge aus purem lieben star mit ihr schmiede schratt 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 das und mit erinnerungen ach ich habe es genüß dafür mit ihm zu reden ich will lieber weiter kicken nochmal das ist ja so viele andere wege noch vielleicht nicht meine seelen das wiederholen kommt man zu dem boss auch anders vielleicht von der seite nö wo stimmt denn das hier hin das sieht mir auch schon immer so verdächtig aus jetzt bin ich ja an dem boss vorbei mal ganz kurz was gucken gut wir nehmen hier schon eine stündchen auf ich weiß gar nicht wie lange wir davor rum hantiert haben muss eigentlich langsam zum ende kommen aber ich will trotzdem nochmal mein zeug holen nicht an also meine seelen also meine seelen welcher weg war oder welchen weg bin ich denn da gegangen war ich hier oben rein gelaufen Mensch jetzt komm runter hier Mensch jetzt komm runter hier Mensch jetzt komm runter hier guck mal was passiert guck mal was passiert uuuuuh gut ist es zum boss jetzt nicht ganz so weit kann ich noch irgendwas verbrauchen naja eigentlich habe ich jetzt hier noch seelen um mein späne nochmal zu verbessern ne ich mache noch versuche ich ihn jetzt ja komm Will not smile. Vielleicht mal den Seelen wieder, oder? Ja. So, jetzt kann ich wieder gehen. Oh, jetzt nochmal nachgezogen. Zwei, drei mal. Wie so schön. Aua. Komm, Sau. Genau. Ja, scheiße. Hier auch noch mehr. Ach, komm. Voll weg. Komm, ich bin ja gleich durch die Durchmacht. Der nachfolgende Medio-Effekt irritiert mich immer noch ein bisschen. Uh, macht's denn jetzt Tolles. Dreht sie langsam ab, weil es zum Ende geht ja so eine letzte Phase mäßig. Bis zum anderen Ende gekauft. Scheiße, jetzt hab ich auch keine Heilung mehr. Ausdauer. Alles Dauer. Nein. Ein Trank mehr. Das wär schön. Gut, wir müssen uns merken, wie wir da hinkommen. Denn nächste Woche geht's weiter. Ja, und zwar hab ich jetzt den Indie-Sonntag so ein bisschen, das war, also eigentlich wollt man es ja zu zweit spielen. Ähm, das folgt dann, sobald wir das freigeschaltet haben quasi. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Vielleicht google ich das auch mal, wie weit das noch ist. Aber ich will mich eigentlich nicht spoilern. Scheint ist das ja alles noch Totoro-Repeat oder so, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Äh, zumindest war's das für heute. Nächsten Sonntag geht's also weiter. Und, äh, der Indie-Sonntag wird jetzt erstmal dieses Spiel sein, weil ich nicht jede Woche quasi mir ein neues Spiel kaufen will und andere Spiele auch durchspielen will und das in der Woche nicht schaffe mit dem Schneien und Familie und alles. Ähm, ja, ihr seht also jetzt quasi Elden Ring und diesen Salt and Sanctuary. Bin also gerade so ein bisschen auf Salt-like-Titel. Gut. Ja, bis nächstes Mal. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.